Gleich beginnt mein Casting, eine neue Inszenierung, ganz modern, kleist, äh, Pentisilea, und ich spreche die Meroe vor. Äh, ich muss dabei Vichy, und muss diesen tollen Monolog sagen, O ihr, der Diana, heilge Priesterinnen, und ihr, maßreine Töchter, hört mich an! Sie zog den Jüngling, den sie liebt, hm? Ja, ja, ich bin gleich fertig. Ich weiß ja, um eine Stunde kommt der Vermieter und nimmt die Wohnung ab, ja? Ah, Kunst-Bannausen!